Mein Name ist Edi Sutter, ich bin der Unternehmensleiter der AKB Business. Liebe Bildungsinteressierte, wenn Sie eine berufliche Weiterbildung machen wollen, ist eine Frage ganz entscheidend. Will ich eine Weiterbildung machen, um mich in einem Fachbereich zu spezialisieren und zu vertiefen, oder will ich lieber eine generalistische Weiterbildung machen, die mich mehr in der Breite weiterbringt? Ist es das Erste, nämlich eine Vertiefung in einem Spezialbereich, so machen Sie einen Fachausweis oder ein eidgenössisches Diplom. Diese Weiterbildungen zeichnen sich aus, dass Sie sich in einer Schule vorbereiten auf eine eidgenössische Prüfung mit einem eidgenössischen Abschluss. Wenn Sie lieber eine generalistische Ausbildung wollen, dann machen Sie eine höhere Fachschule. Die höhere Fachschulen sind vom Staat reguliert, das heisst, sie dauern drei Jahre. Sie machen am Schluss eine Diplomprüfung und die Schulen führen alle Prüfungen selber durch. Sie werden also nahe und nahe auf Diplomprüfung hergeführt. Die höhere Fachschulen bei AK Business sind in vier verschiedenen Bereiche. Sie haben die Höherfachschulwirtschaft und die Höherfachschulwirtschaftsinformatik. Die beiden Bildungsgefäße sind für sämtliche Branchen gültig, also egal, wo Sie nachher arbeiten. Hingegen haben wir noch zwei andere höhere Fachschulen, die für Banking und Finance und die für Versicherungen. Das ist für Versicherungsprofis und für Profis im Banking. Da haben Sie 70% Branchewissen als Inhalt in diesen Weiterbildungsgefässen. Egal, für was Sie sich entscheiden, alle die Ausbildungen führen Sie zu einem eidgenössischen Abschluss und die haben eine sehr hohe Anerkennung in der Schweiz. Wenn Sie aber unsicher sind, was Sie genau wollen, so empfehle ich Ihnen wirklich, machen Sie doch ein Beratungsgespräch mit einem von unseren Schulleiterinnen oder Schulleitern. Danke schön. Danke schön.